Das ist zu viel. Also für mich wären das zu viele Leute. Ich könnte die gar nicht auseinanderhalten. Und das ist nicht nur deinem Alter geschuldet? Nein, nein, nein. Ich kann ja ein bisschen näher rangehen, aber es wäre echt zu viel. Als ich hinkam und die ganzen Spieler gesehen habe, da habe ich den einen Neger mit dem anderen verwechselt.